Wir starten mal mit der Knotenregel und hierbei bediene ich mich eines Beispiels und zwar kann man sich viele Dinge in der Elektrotechnik oder in Stromkreisen eigentlich immer ganz gut vorstellen, wenn man sich entsprechend Wasserkreisläufe überlegt. Das heißt, wir haben hier jetzt keine Leitungen, sondern wir nehmen halt so ein Rohrsystem an, denn das kann man sich meinem Empfinden nach bildlich deutlich besser vorstellen. Ich habe jetzt mal so ein Rohrsystem genommen. Das hier sind also Rohre, durch die entsprechend Wasser oder eine Flüssigkeit fließen kann. Ich habe hier eine Pumpe angeschlossen. Diese Pumpe ist jetzt in der Lage, entsprechend Wassermengen zu transportieren. Und wir erhalten jetzt hier einen Wasserfluss durch dieses Rohrsystem und kommen hier jetzt zu einer Verzweigung. Diese Verzweigung ist letztlich genau das, was wir einen Knoten nennen wollen. Und wenn man sich das Ganze hier anguckt, dann ist glaube ich recht ersichtlich, dass das Wasser, was vorne in diesen Knoten reinfließt, auch wieder rausfließen muss. Das heißt, dieses Wasser wird sich aufteilen, ein Teil wird weiter geradeaus fließen und ein Teil wird hier runter fließen. Aber es wird immer genauso viel Wasser in den Knoten hineinfließen, wie auch wieder rausfließen wird. Und das Ganze gilt jetzt natürlich auch für andere Knoten in dieser Anordnung, zum Beispiel diesen hier unten. Auch da werden wir feststellen, dass das Wasser, was von oben kommt und das Wasser, was von der rechten Seite kommt, zusammen wieder aus diesem Knoten herausfließen wird in Richtung Pumpe zurück. Und wenn wir jetzt einfach den Begriff des Wassers tauschen gegen den Begriff des Stroms, dann sind wir auch schon fast bei der Knotenregel angekommen. In der Elektrotechnik gehen wir jetzt also hin und bezeichnen eine Verbindung von Leitern als einen Knoten. Hier können wir jetzt Ströme festlegen, die ja bekanntermaßen mit I bezeichnet werden. Also ich nenne sie mal I1, I2 und I3. Und entsprechend gilt dann, dass in einen solchen Knoten genauso viel Strom hineinfließt, wie Strom herausfließt. Das Ganze können wir jetzt auch in Formeln beschreiben. Und zwar können wir hier sowas sagen, wie der Strom, der hineinfließt, das ist in unserem Beispiel I1, setzt sich zusammen aus dem einen Strom, der herausfließt, das ist der I2, plus dem anderen Strom, der herausfließt, das wäre I3. Oder auch mit Zahlenwerten, wenn 4 Ampere in den Knoten hineinfließen und oben fließen 3 Ampere raus, dann bleiben noch für den I3 1 Ampere übrig. Das Ganze kann man, denke ich, deutlich einfacher an diesem Beispiel hier sehen. Wir haben hier einen Knoten in der Mitte und auf diesen Knoten zu, beziehungsweise in diesen Knoten rein und raus fließen jetzt diverse Ströme. Zum Beispiel fließt hier ein Strom von einem Ampere in Richtung dieses Knotens, während an dieser Stelle hier ein Strom von 2 Ampere aus diesem Knoten raus fließt. Und die Knotenregel in dieser Version hier oben, und das ist die gebräuchlichste und ich sag mal professionellste, ist jetzt die folgende. Man kann das als Formel wie folgt hinschreiben. Man zählt alle Ströme positiv, die reinfließen, und alle Ströme negativ, die rausfließen. Das Ganze hieß in diesem Beispiel I1, der reinfließt, mit einem positiven Vorzeichen. Den Plus braucht man hier ja nicht hinschreiben. Von dem ziehe ich den I2 ab, weil er rausfließt. Ich addiere den I3, weil er wieder reinfließt. Und ich subtrahiere den I4, weil er wieder rausfließt. Und ich addiere den I5, weil er wieder reinfließt. Das Ganze kann man jetzt auch mit Zahlen machen. Das heißt, hier stünden jetzt 1 Ampere, minus 2 Ampere, plus 5 Ampere, minus 6 Ampere, plus zuletzt noch mal 2 Ampere. Und die Knotenregel sagt jetzt, dass egal was passiert, hier immer 0 rauskommen muss. Und da ich das Beispiel richtig gewählt habe, sieht man, dass hier unten auch 0 rauskommt, wenn man es mal nachrechnet. Und das wirklich Entscheidende und Wichtige an dieser Stelle ist, dass Ströme, die reinfließen, eben positiv gezählt werden. Das sind jetzt alle die, die hier lila markiert sind. Und alle Ströme, die rausfließen, das sind hier I2 und I4, die entsprechend mit einem negativen Vorzeichen, also mit einem Minuszeichen, versehen werden. Wenn man jetzt diese Konvention ein, dann kommt immer 0 raus. Das ist die Knotenregel. Das ist die Knotenregel. Untertitelung des ZDF, 2020